Unrecht gut gedeiht nicht. Ein weiser Spruch. Entschuldigung zu sagen ist meistens gar nicht mal so schwer. Und danach, wenn man es getan hat, passieren manchmal die unglaublichsten Dinge. Dabei kann man wirklich vom Hocker fallen. Ich wollte etwas erklären. Es sind keine Erklärungen nötig. Ekelpakete wie dich treffe ich jeden Tag. Ja, darum geht es. Ich bin kein Ekelpaket. Ich bin Jimmy Olsen. Möchtegern berühmter Fotojournalist. Ein ganz und gar netter Junge. Ein ganz und gar niemand. Ich wollte mich nur für mein Auftreten dir gegenüber entschuldigen. Ich war nicht dich selbst. Naja, schade irgendwie. Was ist schade? Nun, für einen niemand bist du ganz süß. Ich weiß nicht. Und ich gar nicht. Es war nur für mich. Vielen Dank.